Heilige Nacht von Ludwig Thoma So ward der Herr Jesus geboren, im Stall bei der kalten Nacht. Die Armen, die haben gefroren, den Reichen war's warm gemacht. Sein Vater ist Schreiner gewesen, die Mutter war einem Markt. Sie haben kein Geld nicht besessen, sie haben sich wohl geplagt. Kein Wirt hat ins Haus sie genommen, sie waren von Herzen froh. Dass sie noch ins Stall sind gekommen, sie legten das Kind auf Stroh. Die Engel, die haben gesungen, das wohl ein Wunder geschehen, da kamen die Hirten gesprungen und haben es angesehen. Die Hirten, die will es erbarmen, wie elend das Kindlein sei. Es ist eine Geschichte für die Armen, kein Reicher war nicht dabei.